Wir haben festgestellt, dass die Weisdannen absterben können. Wir führen das natürlich zurück auf die extremen Niederschlagsdefizite, die wir in diesen vier Monaten hatten. Dadurch haben die Bäume natürlich nie mehr das Wasser bekommen, das sie gebraucht hätten. Und wir machen nichts anderes, als solche Bäume zu den Wäldern auspflücken, seit letztem Herbst.